Also wir sind in der Nähe von Maria Theresia im Platz, der gesperrt ist. Ich darf wieder rauchen, ich bin nicht von OEF. Und obwohl jetzt ankommen ist, wird sich sicherlich keiner etwas absagen haben lassen. Und somit staut es jetzt mehr auf den Straßen als auf den Plätzen. Ich weiß nicht, ob das so clever war, die Plätze zu untersagen, wo man die Leute jetzt auf die Straßen drängt dafür. Aber naja, so wird man gesehen. Das ist die Hauptsache. Da geht es um Nawalny, wie ich mitbekomme. Nawalny, ja ja, bin ich nicht so fit. Es sind anscheinend mehrere Demonstrationen hier. Nawalny geht es um einen Russen, war in der Politik tätig. Er mag nicht so gern Putin, darum macht er einen Nationalfeiertag zu Russland. Und dann macht er dann halt die Demos. Also jetzt hab ich grad wieder ein bisserl Zeit. Ich bin jetzt erst unterbrochen worden wegen Nawalny. Ich möchte ihn einmal ganz kurz einfach erklären. Das ist ein Politiker, der zankt sich immer recht viel mit dem Putin. Wenn Russland einen Nationalfeiertag haben, meldet er immer für eine Demonstration am Roten Platz an, was aber nicht genehmigt wird. So schreiben sie die Presse. Genehmigt wird aber, wenn man es genau betrachtet, deswegen nicht, weil der Rote Platz zu dem Tag eben für einen Nationalfeiertag reserviert ist. Ja, er macht dann woanders da immer seine Demos an dem Tag und verstößt absichtlich gegen gewisse Auflagen, wie ich es aus dem Gedächtnisprotokoll habe. Und dann deswegen sitzt er dann alle im Gefängnis ein, jährlich. Und jährlich sitzt dann eben seine Haftstrafe ab, die wir wegen Verwaltungsbußen, wenn man es auf gut Deutsch sich einheimst. Aber recherchiert es dir selber noch. Das ist nur jetzt so. Ich habe das nicht gut studiert. Ich habe es gerade selber gemerkt. Wenn ich mich mal geirrt habe, bitte unten in die Kommentare schreiben.